Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Woche. Heute am Montag, dem 16. Juli 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 415 und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. Twint, Gesichtserkennung, Karten, Here, Google Home, MacBook Pro 2018, Mailand und Bluetooth 5.0. Wir beginnen gleich mit dem Schweizer Bezahl-Service Twint. Der ist da total am Abheben oder möchte er zumindest und da hat man jetzt ein bisschen was ausgetauscht. Nämlich den CEO, der Gründer oder der Mitbegründer von Twint, Dirk Neisler, wurde jetzt abgelöst von einem deutschen Manager, der auf den Namen Markus Kilp hört. Und ja, der kommt, wie ihr gehört habt, aus Deutschland, dem Land, was total vorwärtsgehend ist und Digital Payment und so weiter inne hat. Ich hoffe, der junge Herr hat da ein bisschen mehr Flexibilität und wir dürfen gespannt sein, wie sich Twint weiterentwickeln wird. Der Grund, weshalb sich das Ganze getrennt hat oder neu aufgestellt wurde, ist nicht bekannt. Ich bin ja mal gespannt, wie es mit Twint weitergeht. Wir gehen in Richtung Amerika, denn dort hat ein Microsoft-Mitarbeiter, Brand Smith, der Microsoft-Präsident genauer gesagt, sich an die US-Regierung gewandt. Nämlich hat er gemeint, dass die Gesichtserkennung, Software und die Technologie dahinter von der Behörde oder vom Staat reguliert werden sollen, weil neben den tollen, gescheiten und coolen Sachen, die man mit solchen Dingen machen kann, wie Computer entsperren und Ähnliches und so, wie heißen diese Dinger? Emoji-Dinger da ausrechnen. Animoji, genau. So was kann man dadurch natürlich auch andere Dinge und unschöne Dinge machen. Und deshalb möchte er solche Technologie gerne reguliert haben. Grundsätzlich kann ich das verstehen, solange man Technologie nicht kaputt macht mit Regulierung und es wirklich nur schützt, finde ich das eine sinnvolle Sache. Und ich hoffe, da kommt bald was. Aber natürlich, bitte, bitte, bitte weltweit. Ja, das wird noch ein Weilchen dauern, bis sowas kommt. Aber ich hoffe, genau. Weiter geht's mit Microsoft, denn da gab es ein Update. Vor kurzem oder vor Anfang Jahr angekündigt, es war ein Karten-Update. Denn die Karten auf Windows 10 waren nicht mehr die neuesten. Was jetzt gerade ausrollt, ist eben genau ein solches. Wer die Karten auf Windows 10 nutzt, sollte sich das Update unbedingt ziehen und das Ganze mal anschauen. Wer es nicht nutzt, sollte der App mit dem Update wieder mal einen Test gönnen und es mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ich freue mich schon, wenn ich da was bekomme und werde es dann natürlich auch ausprobieren. Wir gehen gleich weiter mit etwas, was Microsoft verkauft hat. Und das hat nämlich etwas mit Karten zu tun. Hier, das ehemalige, was sie von Nokia übernommen haben, supergute Kartenmaterial, was auch eine tolle iOS und Android-App hat, die ich im Ausland sehr, sehr, sehr gerne verwende, wurde an einem Konglomerat von deutschen Autoherstellern verkauft. Und die sind anscheinend im Hintergrund extrem fleissig am Werkeln, denn da wird einiges mit KI gemacht. Die schicken Autos auf die Reise, die nicht nur einfach so 3D-Aufnahmen machen, machen sie natürlich auch, aber die lesen in Echtzeit alles, was sich an Schrift denen bietet. Seien es Schilder mit Zahlen, also Nummern, Hausnummern, seien es Bezeichnungen, Strassenbezeichnungen, aber auch Geschäftsnamen und so weiter. All das Ganze wird in Echtzeit ausgelesen. Ich wollte euch ein Video, was ich gefunden habe, auf LinkedIn verlinken. Das hat aber so ein komisches Sonderzeichen in der URL und das bringt ja beim einen oder anderen Hörer vom Geek Talk Daily immer wieder mal den Podcatcher in Rage. Deshalb habe ich ein YouTube-Video verlinkt, wo sie auch ein bisschen was darüber erzählen, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten geht mal nach LinkedIn und sucht nach Here Buildings the World in 3D. Da findet ihr das Ganze zum Anschauen. Sehr, sehr eindrücklich, aber wie auch immer wird das Ganze auch beängstigend, würde ich doch mal sagen. Google Home kann in Amerika Sprach- und Videoaufrufe initiieren und das zwar kostenlos. Da kann man schon seit längerem telefonieren, indem man seine Telefonnummer hinterlegt, mit dem SMS verifiziert und dann quasi sagt, ruf XY an und dann passiert das auch über das Telefon. Das heißt, das Gegenüber muss kein Google Home besitzen. Das ist ja anders als bei Amazon, wo das Ganze ja so funktioniert, dass wenn ihr auf eurem Sprachassistent aus dem Hause jemand anrufen möchtet, muss das Gegenüber auch so eine Box oder eine grössere Box davon besitzen. Ansonsten funktioniert das nicht. Die Funktion ist jetzt in Deutschland aufgetaucht bei einigen Nutzern, bis jetzt noch ohne Funktion hinterlegt. Wir dürfen also gespannt sein, vielleicht schwappt das Feature bald auch zu uns über. Und dann gehen wir noch in die quasi Apple-Ecke, könnte ich jetzt fast sagen. Die letzten drei News drehen sich um den Hersteller des angebissenen Apfels. Die haben ja in der letzten Woche ziemlich überraschend das MacBook Pro 2018 vorgestellt. Da gab es einige Headzeilen von wegen das schnellste MacBook aller Zeiten und so weiter. Das ist ja jedes MacBook. Aber dieses Mal scheint es wirklich ziemlich, ziemlich viel dahinter zu stecken. Je nachdem, welches Modell das man wählt, also das 13 oder 15 Zoll und natürlich je nachdem Ausstattung, die grösste Ausstattung ist das 15 Zoll Modell mit einem 2,9 GHz 6-Core Intel Core 9 Prozessor mit 12 MB L3 Cache, 4 TB SSD 32 GB RAM, eine Radeon Pro 560X und mit inkludiertem 4 GB Grafikspeicher da drauf. Also eine richtige Power-Maschine, die bis zu 3,2 GB in der Sekunde lesen will und schreiben 2,2 kann. Und die ersten Tests zeigen sich wirklich, wirklich, wirklich von der besten Seite. vergleicht man das kleinere, das 13er Modell, ist man bei einer Lesegeschwindigkeit von 2.519 MB dabei. Wenn man es so vergleicht mit dem Dell XPS 13, ist man da nur noch bei 399 und dann geht es runter bis so mit Huawei, MateBook und Microsoft Surface Book 2 bei 203 MB. Das sind also deutlich, deutlich kleinere Zahlen. Auch im Geekbench 4 Performance-Test schneidet das Teil deutlich, deutlich besser ab. Ja, ich kann widerstehen. Meines hält ja noch das eine oder andere Jahr. Wer nicht widerstehen kann, der könnte ja zum Beispiel am 26. Juli nach Mailand reisen, denn da wird der neueste Apple Store eröffnet und der hat es in sich. Ich habe hier oder im News-Mutter-Podcast, dem News-Format, schon mal darüber berichtet, das Teil ist ja wirklich wieder mal vom Architektonischen eine coole Leistung und man darf gespannt sein, denn es soll an diesem 26. eine große Eröffnungsfeier dazugeben. Zu guter Letzt noch, wir gehen nochmal zurück zum MacBook Pro, denn das hat Bluetooth 5.0 spendiert bekommen. Wer sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, zum einen die vierfache Reichweite, zum anderen deutlich mehr Datendurchsatz, also bis zu 2 MB der Sekunde, die man durchschleusen kann und somit dann natürlich viel andere Möglichkeiten hat, zum Beispiel besseres Audio übertragen, bessere Vernetzung im Smart Home etc., Mesh-Netzwerke und so weiter. Wir dürfen gespannt sein, das ist das zweite Gerät, was Apple 5.0 bekommen hat, denn in HomePod ist schon die Version 5.0 drin und wir dürfen uns auf den Herbst freuen. den iPhones, iPads und Apple Watches kommen ziemlich sicher alle mit. 5.0 würde ich doch mal schätzen an der Stelle. Das waren's die News, die ich heute für den ersten Tag der Woche für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr startet gut in den Tag und habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Lasst euch nicht vom Wetter beirren, gegen Mitte der Woche wird's wieder blendend. Und ja, bis dann, euer Poughkeepsie. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!